Lena, aufstehen! Ja, ich komme gleich! Mh, das schmeckt lecker! Beeil dich! Das Nachbarskind Emma kommt gleich und begleitet dich zur neuen Schule. Okay. Ich habe eigentlich ein bisschen Angst. Brauchst du nicht! Die sind alle ganz nett in der Schule. Echt? Ja. Hallo, ich bin die Emma. Ich bin Lena. Komm, lass uns in die neue Schule gehen. Ja. Tschüss, Kinder. Tschüss. Tschüss. Das ist die neue Schule. Oh, die ist aber schön. Komm, lass uns ins Klassenzirk gehen. Ja. Oh, was ist denn das? Herr Delfin, der unterrichtet bei uns Muschelkunde. Was? Muschelkunde. Hallo. Wer bist denn du? Lena. Du bist die neue? Ja. Ich bin der Herr Delfin. Ich unterrichte Muschelkunde. Okay. Setz dich hin. Es geht gleich los. Ja. Hi, hi, hi. So, Kinder. Hier haben wir ganz viele Muscheln. Wie findet ihr die? Schön. Sehr schön. Und was machen Muscheln? Perlen. Ja, richtig. Hast gut aufgepasst, Emma. Aber wichtig, nicht alle Muscheln. Und Muscheln kann man auch essen. Habt ihr schon mal Muscheln gegessen? Ja. Und wie schmecken die dir? Ähm, ja, es geht so. Okay. Jetzt könnt ihr mal die Muscheln genau anschauen. Und dann verpacken wir die wieder. Und dann habt ihr die nächste Unterrichtsstunde. Ja. Lena, komm mit in den Computerraum. Ja. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen. Hallo, ich bin der neue Lehrer. Ich heiße Herr Hase. Oh, guten Morgen, Herr Hase. Ich unterrichte Tiersprachen. Mhm. So, macht eure Computer an, dann geht's los. Okay. Ja. So, Kinder. Jetzt tippt ihr auf Start. Und dann kommen verschiedene Tiergeräusche. Und ihr müsst dann antippen, zu welchem Tier die Geräusche gehören. Okay, machen wir. Okay, dann viel Spaß. Danke. Danke. Komm, wir müssen uns beeilen. Die nächste Unterrichtsstunde fängt bald an. Okay. Ah, was ist das? Oh, keine Angst, Kleine. Ich bin dein Lehrer, Herr Skelett. Okay. Brauchst keine Angst haben. Klapper, 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 klapper. Klapper, guck, ich unterrichte Spielen. Bei mir gibt's alle möglichen Spielsachen. Dann könnt ihr die ausprobieren, experimentieren und zusammen spielen und Spaß haben. Oh, das ist aber schön. Das gefällt dir das Fach, he? Ja. Okay, dann fangt an. Ja. Oh, das hat Spaß gemacht. Ich muss auf die Toilette. Die Treppen runter und dann links. Danke. Bitte. Oh, ist die süß. Wer sind Sie? Ich bin die, ich bin der Hausmeister, Herr Schildkröte. Oh. Ich mach hier alles sauber. Putz die Klassenzimmer, räum auf. Oh, das ist aber nett. Ich bin schon ganz lange hier in der Schule und arbeite schon seit 100 Jahren hier. Echt? Ja, ich bin schon ganz alt. Schildkröten werden sehr alt. Ja, das weiß ich auch. Kann ich dir helfen, meine Kleine? Ähm, ja, ich muss aufs Klo. Ah, da bist du nicht mehr weit. Hier die Treppen rauf und dann geradeaus. Danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Lena, ich bin hier. Ja, ich komme. Komm mit, wir haben jetzt Zauberunterricht. Oh, auf sowas freue ich mich. Oh, ich mich auch. Das macht mir am meisten Spaß. Echt? Mhm. Oh je, bitte beißen Sie mich nicht. Keine Angst. Ich trinke nur Tomatensaft. Mhm. Ich bin dein Zauberlehrer, Herr Vampir. Willst du mal ein paar schöne Zaubertricks sehen? Ja, gerne. Okay. Es geht gleich los. Okay. Okay. So, Kinder, jetzt passt fein auf. Hier, ich habe einen leeren Zylinder. Und jetzt zauber ich was daraus. Passt gut auf. Mhm. Abracadabra, Simsalabim. Und hier haben wir ein süßes Häschen. Oh, ist das süß? Ja, echt zum Knudeln süß. So, jetzt zeige ich euch den nächsten Zaubertrick. Okay, darauf freue ich mich schon. Ich mich auch. So, Kinder, jetzt kommt der nächste Trick. Ich verwandle die Tube. Passt gut auf. Ja, machen wir. Hokus pokus fidibus. Tara. Oh, ist das schön. Sie können ja wirklich zaubern. Ja, ich bin doch auch ein Vampir. Was denkst du, du Gurke? Ähm, meine Freundin ist keine Gurke. Ja. So, der Unterricht ist jetzt zu Ende. Und jetzt habt ihr Sportunterricht. Oh, ja. Okay. Zeigst du der neuen Schülerin die Turnhalle? Ja, mache ich. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wieso ist hier ein Baumstamm? Das ist doch unser Sportlehrer. Okay. Hallo, Kinder. Ich bin Herr Baumstumpf, euer Sportlehrer. Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich zeige euch jetzt gleich ein paar Spiele. Freut ihr euch? Ja. Okay. Wir spielen Basketball. Tom, Philipp, kommt. Ja, wir kommen. Dann machen wir eine Mannschaft und wir spielen. Okay. Hier stehe ich. Schmeiß mir den Ball zu. Okay. Ich habe ihn. Ich versuche ihn in den Korb zu schmeißen. Gut. Juhu. So, Kinder. Die Sportstunde ist vorbei. Und die Schule ist jetzt aus. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.